So meine Lieben, wir machen jetzt das 15. Türchen auf. Ja, wir haben hier wieder so eine schöne Schachtel, die werde ich mal hier abmachen. Machen wir mal zuerst das auf. Uh, das fühlt sich nach Klebesteine an, denke ich mal. Ja, ich hatte recht. Dann auch noch in Schwarz und Weiß und ein leichtes Dunkelgrau. Oh, das ist glaube ich, ah, von Zeeman, cool. Sehr schön. Und 50 Cent ist ja auch, denke ich, in Ordnung dafür, ne? Würde ich mal so sagen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viel die im Action kosten, keine Ahnung. Oh, cool, in Schwarz. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, wie schön. So. Gucken wir mal. Uh. Kein Geräusch. Uh, okay. Sehr mysteriös. Hm. Oh, jetzt aber. Höh. Irgendwo irgendwie so ein bisschen fest in der Packung. Oh, neun. Oh, nein. Wie cool. Wie. Wie cool. Das ist ja auch nicht schlecht hier mit dem Blättern. Oh, wie cool. Ein Magnet. Noch ein Magnet für meinen riesigen Kühlschrank. Ich gucke hier gerade wegen dem Schwarz. Cool. Oh, vielen, vielen lieben Dank, liebe Hanan, da freue ich mich. Ja, es ist Weihnachten bald, aber ist ja egal, Halloween geht bei mir ja immer. Vielen, vielen lieben Dank. So, hier ist aber, gut, hier ist alles raus. Die Schachtel ist auch total schön hier. Oh, toll, das passt auch so gut da drauf. Richtig cool. Ja, meine Liebe, ich bedanke mich bei dir wieder für die schönen Sachen. Und ja, wir sehen uns wieder morgen, ne? Oh Mann, schon der 16. Morgen. Bald ist es vorbei. Ja, die Zeit vergeht so schnell, aber ja, ich freue mich trotzdem. So, bis morgen dann, ihr Lieben. Tschüssi. trap. atto.